ARD Text im Auftrag von Funk Ah ja, ist fair. Ist fast schon anfangen, wenn du mich umgebracht hast. Nein, ich wollte fragen, wie es dir geht ohne Politik. Und zwar ist ja gar nicht wahr. Du bist jetzt ja gerade wieder Präsident geworden von der VAU. Dann bist du ja wieder voll in der Politik, gell? Nein, voll nicht. Nein, also es ist schon nicht. Die Regierung ist schon nochmal ein anderer Entwurf. Und fast man würde sagen, es ist eine andere Liga. Ja, es ist eine andere Liga, ja. Ein bisschen ruhiger. Ja, es ist schon nicht, das kannst du nicht verdienen. Ja. Also die Regierung ist überhaupt das Intensivste, was ich nicht gemacht habe. Ja, es ist nicht. Ja. Die Zeitaufwand war brutal. Aber die vier Jahre ohne Politik sind im Fall auch schön gewesen. Eben, gell? Jetzt habe ich gedacht, es hätte dir sicher aufgefallen. Mal ja. Einfach. Ja, ich habe ein hohes neue Sachen mit angefangen. Ja. Wo ich jetzt natürlich nicht aufhören wollte. Und jetzt ist die Politik aber wieder da. Ja. Jetzt habe ich jetzt wieder ein bisschen zu viel. Jetzt musst du wieder jonglieren. Ja. Ja. Ich sage immer, der Tag hat 24 Stunden. Und nachher kommt noch die Nacht, oder? Ja. Oho. Werken? Ja. Nein. 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 Ja. 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 Du kannst immer noch eine Minute oder eine halbe Stunde. Aber in den Kindern hat man es alle möglich. Und die Politik macht ja nur, weil es Spass macht. Also ich glaube, es ist etwas, was du ja nicht einfach machst, weil du musst. Nein. Du kannst ja Nein sagen, gell? Ja. Es machen viele, ja. Die meisten. Die meisten, gell? Ja. Aber du hast ja auch mal ja gesehen, gell? Ja, ich habe noch mal ja gesehen. Ich habe mich schwach erinnern. Ich glaube, Anfang 2000er Jahre bist du aktiv gewesen. Ja. In 2008. Genau. In vier Jahren. Ja. 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 Ja, wir sind erst 19 in Zögeln. Ja. 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 Ja, da ist der Mann in 70 geworden. Und dann haben wir schon davon geredet, vielleicht wie wäre... Also ich habe schon lange davon geredet, er noch nicht so lange. Aber du bist ja Verdutzner Ammann, oder? Ja. Das ist ja eigentlich von ihm her klar, dass irgendwann wieder... Ich habe immer im Kopf gehabt, eigentlich möchte ich das Verdutz dann wirklich meine Letzte zu haben. Müssen. Ja. 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 Also es ist noch eine Weile, ich denke, wie es dann die Letzte war. Ja, aber ich möchte dann einfach auf Salterdamer sein. Okay. Und du bist aufgewachsen zu Verdutz, glaube ich. Ja. Genau. Ja. 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 Ja, es ist wunderschön. Ja, zum Leben ist es wunderschön. Ja, ich habe ja immer noch meinen Weiberg dort. Ja. Genau, du hast einen Weiberg dort. Ja. Also nicht grosses, sondern auch dort. Ja. Es ist für mich immer ein Grund, um uns selber zu kommen. Die Mama besucht. Sie sagt, ich komme nur wegen dem Wingert und nicht wegen der Mama. Sie will mit ihnen ein bisschen. Die Mama hat einen schlechten Messer. So ist man einfach ein bisschen. Aber ich gehe natürlich wegen der Mama und wegen Weiberg. Aber von dort zu schon, ich muss sagen, ich habe jetzt brutal eingelebt. Ich bin ja im Gemeinderat und so. Ja, von dort zu schmerzig, oder? Ja, das ist cool. Sie bietet schon viele Punkte. Die Lebensqualität ist schon extrem hoch. Ja. Aber überall im Land, oder? Ja, gut. Ich meine, wir hatten das schon. Es war wunderschön. Wie man sieht. Aber jetzt sind wir richtig happy. Wo sind Sie denn da? Im Auring. Im Auring. Ja, okay. Da sind wir ganz lässig geworden. Wir sind ja aus einem grossen Haus raus. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich finden wir etwas, das uns beiden wirklich gefällt. Ich habe fast ein Jahr geschaut. Irgendwann hat unser Immobilienmakler gesehen. Wissen Sie, Frau Bereiter. Nicht Sie finden die Wohnung. Die Wohnung finden. Sie. Ich habe mir gedacht, ihr Worte Gottes Ohren. Es war wirklich so. Und wie hat die Wohnung die gefunden? Das ist für mich. Du, ich bin einmal irgendwo im Internet, den habe ich gerne richtig angeschaut. Die Knöpfe angeschaut. Und ich dachte, die habe ich da schon mal gesehen. Und den habe ich zum anderen gesehen. Und dann hat es plötzlich passiert. Wir haben einen gebraucht. Und da habe ich gesagt, es gibt einen, der mir gefällt. Aber wir hatten immer den Kopf zum Oberst und nicht zum Parterre. Mit der Aussicht und alles. Dann sind wir gegangen, die wir anschauen. Wir sind beide, nur eine, die haben wir angeschaut. Ich und beide und das Ding riesig. Aber das war ein Parterre? Ein Parterre. Aber wunderbar. Das haben wir gesehen. Das ist es. Okay. Nur jemand weg. Und die Parterrehausten haben wir in dem Fall noch einen Garten? Aha. Alles. Ja. Aber hier haben wir die Arbeit mit meinem grossen Haus. Wir sind ja in einem alten Haus, in dem der Grossvater meiner Frau 30 Jahre gebaut hat. Da ist hier LKW direkt, der Kilian Hebe. Ja. Und das ist ein 30 Jahre Haus. Das merkst du schon. Ja. Und in den Wänden hat alles ein weises Zeug, was angekommen ist. Dann ist halt dann alles raus. Aber ein grosser Garten, wo es geht schon heute noch ein Vermögen zum Kaufen. Ja. Und es ist schön, aber der Garten ist schon... Gitarbt. Gitarbt. Wobei jetzt mittlerweile sieht er recht wild aus. Mir gefällt es uns. Aber manchmal... Seben sei besser. Ja. Aber es gibt dann auch Gäste, die sagen, wir haben keinen Gärtner. Nein, wir haben keinen Gärtner. Ja. Wir haben jetzt einen Gärtner, bei uns wird alles machen. Wir haben auch einen Gärtner, der abends so kommt, aber nicht zu viel. Aber jetzt mit dem Hund zum Beispiel. Oder wir haben ja einen Hund und dann ist halt ein Garten schon. Ich finde, ich wohne auch toll. In Zürich haben wir immer in Wohnungen ohne Garten gelebt. Ja, klar. Aber mit den Tieren, mit dem Hund, das ist auch schon frei. Ja. Wir sind jetzt halt die Richtung noch Familie. Unsere sind natürlich auszogen, schon lange. Ewig. Bei uns ist auch erst ausgeflogen. Oh schon? Ja, der Älteste ist 25 jetzt dann. Eieieiei. Ja schon. Und Lena ist jetzt gerade 19, ich will fort, oder möglichst weit fort, hat sie gesehen. Die bin ja mit 19, gar noch nicht mehr. Langnummer. Ja. Und der Simon ist jetzt Einzelkind, oder? Der Dritte. Er sieht alle meinen, jetzt bin ich Einzelkind. Jetzt muss er es geniessen. Ja, es ist, glaube ich, so bis zur Zeit mit 16, da ist es nicht lustig, man kann zu viel fokussieren. Der ist nicht mehr gut. Ja, aber ich glaube, er geniesst eigentlich schon. Aber es ist schon schön, zu trotzdem, wenn man die Kleinräumigkeit, man kennt jeden. Eben, gell. auch zu dazen, oder? Ja. Wir fühlen uns schon sehr wohl, ja. Super. Ich hatte vorher noch eine Frage, ich kann mich nicht mehr erinnern, an dich eben wegen dem Tabakladen, aber ich glaube, der Ivan hat vorher auch schon gefragt, aber... Das Tabakhaus, ja. Ja, das Tabakhaus, ich habe gefragt, wie du fest gekommen bist. Es ist ganz interessant, eben, es haben wir vernommen, dass der Dünser aufhört. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Und nachher, habe ich gefunden, da geht es zumindest im Dorf, im Städtchen. Und ich bin eben, 20 Jahre, also ich bin, da ist es, es ist ein 92 Jahre, und ich bin, ja, 20 Jahre bin ich weg gewesen, ja, 70 Jahre bin ich weg. Und da habe ich gesagt, boah, im Städtchen, es war dort. Und da habe ich gesagt, zum Mann, das wäre doch etwas für mich, also, man könnte da hinfahren. Aber wieso gerade Zigarre und Tabak? Ist das eine Leidenschaft gewesen von dir? Eigentlich nicht einmal, unbedingt. Ich habe einfach gefunden, mit dem Verdutz, und wenn du das gut machst, ist das ein so cooles Geschäft. Ist es auch gewesen. Also, ich bin genau in so einer Baume hinein gekommen, Von der Zigarre. Es ging nur noch aufwärts gegangen. Und das haben wir aber ganz speziell gemacht. Oh, also, wie eine Wurte. Ich bin, glaube ich, ein zweimal in die Baume hinein gewesen. Kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern. Ich bin jetzt nicht ein intensiver Zigarrenrohr, aber eine Zeit lang habe ich es dann auch noch gerne gemacht. Aber, ähm, ich habe mich dann immer gefragt, von der Lage her, ist es eher für Einheimische, oder sind da vor allem Touristen gekommen? Nein, Nein, Geschäftsleute. Also, ich habe von Ihnen gelebt. Ah, ich habe von dem Finanzplatz gelebt. Ah, Aber ganz klar. Das stimmt, das macht natürlich Sinn. Ich denke, die Touristen, wie viele Touristen, die Zigarren rohen würden, das weggehen, oder? Nein, Touristen haben wir nichts. Echt? Keine Touristen. nur Finanzplätze. Sie haben nebenher Kuckucksauren gekauft, oder? In ihr Kuckucksauren gekauft, genau. Wo sie das Gefühl können sein, Lichtersteiner Kuckucksaure. Nein, wir haben dort die ganzen Geschäfte dort heimgekommen und alles. Es war schon ein finanzkräftiges Publikum, das wir dort hatten. Und die Zigarren sind im Deutschen viel teurer gewesen. Stimmt, ja. Und dann haben sie halt gehörig in den Kopf, oder wenn sie quasi... Ja. Ja, ja. Und warum hast du denn aufgehört, oder was ist das? ich habe von Anfang an gesehen, zum Beispiel, da drin hocke ich nicht bis in 70 bin, also weißt du... Okay. Bei aller Liebe, aber irgendwie... Irgendwie habe ich das im Gefühl gehabt, das könnte noch passieren, oder? Und da habe ich immer gesagt, das geht nicht. Ich will das, ich will das machen, und zwar richtig gut, dass sie es nachher einfach gut verkaufen. Mhm. Du hast dort, wo du aufgehört hast, dass du es verkaufst? Am Portmann. Ah, das habe ich nicht mehr. Da bin ich wahrscheinlich... Zigarren Portmann. Ja. Wann ist es gewesen? Es war in 2003. Ja, da sind wir gerade frisch hochgekommen. In 1992 habe ich es übernommen. Ah, das ist doch eine Weile gewesen. Ja. Und dann ist es eben so bombastisch gegangen, gegangen und gelaufen. Und Uvi hat einen super Namen gehabt. Und er hat gesagt, er ist ein grosser Händler schon in der Schweiz gewesen. Er hat gesagt, er würde es gerne kaufen, wenn ich denn je einmal eine Idee hätte. Oder zu. Hat er es einmal platziert? Ja, hat es platziert. Dann habe ich gesagt, bist du nicht der Einzige, David Offit zu. Aber ich habe es dann ihm gegeben. Und einfach hast du selber Zigarren gerucht? Ja. Das ist schon etwas, was du gerne gemacht hast. Also du bist schon ein Kennerer gewesen. Weil sonst kannst du nicht definieren. Wenn du etwas verkaufst, musst du wissen. Ich habe mich schon in die Zeit gelebt. Also ich habe gelernt. Ich habe mit dem ganzen Abri, wie ich dann auch in die Plantage gegangen von hier auf. Und habe das Ganze schon angelobt, wie eine Zigarre entsteht von der Pflanze bis zur fertigen Zigarre. Das habe ich schon. Weil das wäre jetzt mir so ein Traum gewesen. Ja. Was man alles machen könnte. Die Zigarre habe ich aufgehört, weil es ist, ich habe es einfach nicht so verdreht. Aber zum Beispiel, ich mache ja meinen Weinberg oder schon. Also ganz klein. Aber es ist so ein Traum. Irgendwenn vielleicht mal ein kleines Weingürtel oder so. Ich habe ja, glaube ich, ein paar andere Lichtensteiner auch schon probiert. Es ist schwierig, ist mir klar. Aber es ist einfach so ein Traum. Weil es ist immer grössere Stile und verkaufen. Aber eben, man muss ja noch so Träume haben. Wenn man weiß, dass es ökonomisch nicht sinnvoll ist. Ja, träumen sollte man schon nicht dürfen. Ich habe Zeit, ich lese viel. Ausser Schweizer Fernsehen, was machst du sonst? Schweizer Fernsehen, ja. Also ich lese viel. Sehr viel. Was lesest du denn so? Also du hast eine Lieblings? Ich lese am Morgen. Als Zeitungen? Ich bin News Junkie. Ich muss Zeitungen lesen. Online und in Papierzeitungen. Okay. Und dann, wenn ich einmal alles durch habe, habe ich Bücher. Krimi. Krimi, okay. Krimi. Ich bin ein Krimi. Und was für so die schwedischen Mann, gell? Oder eher so? Habe ich alle durch, ja. Oder wie weiß sie, die Amerikanerin, die in Venedig überschreibt, Kommissar Brunetti. Dona Leone. Ja, alle gelesen. Alle gelesen. Oh ja. Und dann einfach, ja, je nachdem, wenn ich eine neue Entdeck kaufe, einfach wieder alle Bücher. Okay. So viel wie möglich, dass ich wieder einmal Katholika lesen muss. Und dann behaltest du alle auf, wo du lesest? Wenn Taschenbücher sind, dann verschenken wir sie. Also ich habe Freundinnen, die von innen kommen und dann gebe ich wieder. Okay. Wir haben hier so einen Zirkel. Tausch-Zirkel. Dann mache ich noch Britschen. Ah, okay. Im Moment nicht, weil wir pausiert haben jetzt natürlich, wegen dieser Blöckzeit. Das Wort muss man nicht sagen. Aber jetzt muss man wieder loslassen. Mal ein Wort, das man nicht sagen darf heute, oder? Das C-Wort. Ja. Also wegen dieser Zeit haben wir pausiert. Aber jetzt kann man dann wieder loslassen. Jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt müssen wir uns zusammen telefonieren, jetzt müssen wir wieder. Sonst vergesse ich alles, weil ich bin noch im Lernstadium. Britsch ist, glaube ich, noch kompliziert. Ja, es ist schwierig. Also ich habe mit meinem Grossvater in Zürich, er ist so ein Spieler, er hat Schach gespielt, Britsch, Romé, alle die Karten spielten. Aber es ist etwa 30 Uhr her. Nein. Könnte es denn vielleicht weder? Aber ihr erinnert, dass es noch kompliziert ist? Ja, es hat viele Regeln. Das Reizen und alles. Aber Britsch ist jetzt bei uns nicht so verbreitet. Ja, meine Mama hat schon viele Jahre gepritscht, schon viele Jahre und trotzdem. Und das ist ein recht Dozier gelogen, vor allem die Pritschen da und Jan und das Verdottsdang. Das habe ich nicht gewusst. Tolle Mama. Und jetzt auch Jüngere, also auch sind auch dran. Ich habe immer noch gejassen. Ich habe nie gejassen, ich komme nicht raus, bin gejassen. Ich bin der Pfadfinderin, wir jadieren und sind immer immer. Bist du am Pfadfinder gewesen? Ja, am Fanatischen. Ja, ja. Ich war auch Pfaderin. Es gab ein paar Lager, es war schön. Ja, es ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Und ich habe auch froh, dass meine Kinder, uns alle auch das gemacht haben. Toll, super. Ja, unser Sohn ist der Oberpfader. Und die Zinkeli ist auch schon wieder Pfader. So schön. Schön, gell? Ja, wie der Pfadfinder, was mir immer auch taugt, ist so die Natur und das Anfache. Ja, eben die Lager, und dann hat er mal dreckig gewesen. Ich kann mich erinnern an den ersten Lager, als ich nach Hause kam, hat mir gesagt, Sohn, jetzt hockst du zuerst mal in die Badewanne. Ich muss sie zuerst rein, weil der Dreck mal nachgeht. Also so... Ich kann mich erinnern an ein Lager, in dem unsere Kinder kamen. Da waren wir noch zu Badragatz. Da waren wir bei Pfaderragatz. Da habe ich gesehen, zu Unterstunden. Ihr könnt euch da gleich abziehen, in eure Unterhosen rauf. Also so könnt ihr gerne nicht weiter. Das ist ja grauenamt, aber das gehört dazu. Oder das andere, was ich mich noch gut erinnern ist, dass die Mama immer alles in einem Rucksack hatte. Ja, ja. Ein Rucksack. Also ein Rucksack. Ein Rucksack hat ein Problem. Ein Rucksack hat einen Boden, wo die Pfölschung und irgendwann ist oben voll. Und man hat dann festgestellt, beim Auspacken nach zwei Wochen die Pfadilager, dass eigentlich die ganz frische Wäsche unten unberührt war. Und ich habe eigentlich nur die oberste zehn Zentimeter gebraucht. Entsprechend habe ich auch geschmeckt. Also es hat sie gesehen, dass sie das nicht mehr vergessen. Sie hat gesagt, boah, aber du hast so viele frische Wäsche dabei, du hast nichts gebraucht. So wie da habe ich gerne mit einem Rucksack. Ja, ja. Es gehört alles zum Pfadern. Ja, ja. Und wenn es dann halt viel geregnet hätte, ist dann schon schlammig. Ja. Wir hatten mal ein internationales Pfadilager in Dresa. Ja. Es hieß Trisha Runeva. Okay. Und dort hat es so geschifft. Und dann war ich eine Führerin. Und dann haben wir, weißt du, also wir haben Schwedinnen dort gehabt. Zwei. Die sind also von überall her. Jedes Zelt hat noch Fremde. Sie sind schön gemischt? Ja. Und ich musste draussen schlafen und am Morgen, also dort hat es mir abgelöscht. Das sind Tauschnecke. Für mich. Oh Gott, ja. Ich habe einen Gummistiefel vor dem Zelteeingang platziert, wenn es dann lang geregnet hat. Und am Morgen bist du in die Stiefel hinein, hast du gemerkt, oh, da sind noch Schnecken drin. Aber es hat doch nicht geschafft. Nein, nein. Aber ich habe es noch genossen, wie man mit den Eltern später mal in ein schönes Hotel in die Ferien ist. Ja, selbstverständlich. Die Pfadilager in die Nieren, einfach mal schön in die Ferien. Das ist dann schon besser. Ja, du mein Gott. Nein, die Pfadi finde ich wichtig. Mittlerweile merke ich auch, ist es ein bisschen schwieriger geworden für die Pfadfinder, weil die Konkurrenz viel grösser ist. Ich kann mich erinnern, hier im Schellenberg, es waren fast 30 Vereine. Ja, klar. Als Juni zwischen 8 und 18 waren alle in der Pfadi, alle mit ins Lager, das ganze Dorf, die ganze Dorfjugend. Unglaublich. Und heute hast du den Fussballklub, in Oswald. Heute haben sie so viele Vereine. Heute kämpfen und mitgliedern. Ja. Und früher ist es einfach, ja. Also die Auswahl, die sie haben, ich denke ja, bei den Berufsgruppen. Wenn ich denke, was die jungen Leute für Möglichkeiten haben. Für Berufsmöglichkeiten. Und jetzt mal die Qual der Wahl, oder? Du hast vorhin gerade Ivan da gehabt. Ja. Das ist wahr. Es ist philotonisch, heute die Informationen, die man dem Jungen muss geben. Eben. Dass sie überhaupt wissen, was gibt es alles. Ja, dass es alles gibt. Möglichkeiten. Und dass sie halt da überall eben können gehen, geschnuppern und alles. Aber hey, ich finde das. Wenn ich zurückdenke, ich meine, ich habe da beim Kloster damals gesehen, das ist ein Handel, oder? Und das wäre dann, du wärst ja Sekretärin, oder? Das habe ich natürlich nie wollen, oder? Nie im Leben. Heute heißt es anders. Ja, heute heißt es das. Assistentin oder? Assistentin, ja. Trust Officer? Ach so. Also es klingt viel besser. Es ist schon, die Ausbildung ist heute auch viel tiefer, oder? Ja. Ja, ist schon klar. Aber, äh, Du bist als Sekretärin, es ist jetzt nicht das, was du dir? Nein. Die einen sind noch Lehrerinnen geworden, den Friseur. Jetzt heisst, das gibt es gerne, nicht, oder? Das ist nicht. Und, 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 also, ja, ins Hotelfach. Und, 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 Einer bist du denn ins Hotel? Nein, 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 nein. Du hast schon mal ein Hotel? Ja, ja, schon, aber jetzt bin ich durch mein Mann durch Hyrat, bin ich in die Hotellerie gelandet. Wobei? Ich habe früher gehabt, ich habe das immer im Kopf gehabt, das wäre noch etwas für mich. Ich finde so etwas tolles. Ja. Ein Hotelführer, das könnte man jetzt wohnen. Es ist halt auch interessant, es ist spannend, du lernst so viele Leute kennen, und, 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 und. Ja, und Gastgeber sind, finde ich auch schön. Gastgeber sind und, und, also, ich habe es gerne dort. Mal, muss ich sagen. Aber im Ursprung, ich habe nicht zu anderen zur Hilfe gelernt. Okay. Ich bin in Zürich viele Jahre gewesen, aber nachher durch Heirat, Gastronomie, Hotellerie. Okay. Schön. Es finde ich auch so spannend im Leben, nicht, wenn man so sprüflig sich verändern. Ja. Ich war ja auch mal Architekt, oder? Eben ja, genau. Und nachher hätte es mir aber nicht gefallen, ganz simpel. Ja. Und ich habe gefunden, du hast etwas studiert, und jetzt schaffst, und nach drei Jahren merkst, es ist nicht besser. Es ist gar nicht besser. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt bis auf die See, die nächsten 40 Jahre, und dann bin ich, es kann es nicht sein, oder? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, hey, jetzt hast du eigentlich ein Studium und alles. Eigentlich ist das Wahnsinn, oder? Und dann habe ich dann aber gleich den Mut gehabt und gesagt, du jetzt einfach, cut, schnett, oder? Und gehe nochmal an der Uni machen, was anderes. Und zwar das, was ich wirklich finde, was man lernt. Ja. Also die Juristerei und Sprache. Ja, super. Aber es ist doch im Moment schon, wir hatten schon Kinder, oder? Ja, ja. Und es hat dann schon viele Kollegen und Leute, sogar die Familie, die Eltern, die Onkel und die Tanten, die Einzelnen gesagt, du weißt, was er tut, etc. Da haben die ja schon Kinder, jetzt geht er nochmal an die Universität. Ja, ja. Und heute sagen alle, es ist super, dass er es gemacht hat. Ja. Aber der Wechsel war ein brutaler Schnitt. Ja, ja. Aber ich habe es nie bereut. Aber ich habe es nie bereut. Also ich habe es nie bereut. Ja, eben. Und es ist heute eigentlich auch viel normaler, nicht? Bei den Jungen merkst du, es ist ja bei mir, wo ich heute arbeite, wo junge, also Mitteljungen, so zwischen 30 und 40, was die alles schon gemacht haben, teilweise, oder? Vorher. Ist das entspannend? Ja. Es ist doch früher noch gar nicht so. Es ist früher einen Job gelernt und geblieben, oder? Das Leben lang. Es gab heute die Zeit, ich habe immer 50 Jahre in einer Firma. In einer Brückerei, oder wo hast du es gesehen? Ich habe 50 Jahre in der gleichen Firma. Ja. Es ist gewaltig. Es gibt es noch. Es gibt es selten. Nein, nein. Ich bin auch froh, dass du in viele Zweige hineinschauen kannst, oder ganz andere Sachen wieder kannst. Es bringt dich selber auch weiter. Es öffnet so viel. Ja, es ist halt auch die Frage, wie bequem ist man. Ich glaube, es ist das, was die Leute unterscheidet. Es gibt halt Leute, die eher, wenn sie irgendwo sind und zufrieden sind, Angst haben zum Wechseln. Und andere sind vielleicht etwas mutiger und riskieren dann halt und wechseln halt mit dem Risiko, es geht mit dem Blaschiff. Ja. Ich habe schon Leute getroffen, die gesehen haben, die sind das ausprobiert, und es war ja nügendwo. Ja, klar. Ich habe es auch immer spannend gefunden, weder in ein neues Metier hineinschaffen und ich lerne. Von der Zahnarztgehilfe in das Hotel habe ich noch in einen Tabak geladen. Das finde ich jetzt auch noch cool. Ja, wirklich. Es ist auch komplette Wechsel. Auch bei der Hotellerie-Gastronomie. Da bin ich auf Bern in den Kursen und in die Schulen für das Marketing, für die Rhetorik, für den Service, alles Mögliche. Aber das einfach, ich wollte, wenn schon richtig, oder? Wie gross war das denn das Hotel? Das Bristol in Bad Ragaz. Oh nein. Das gibt es nicht. Das haben wir eröffnet. Ich glaube, dort haben wir unsere Hochzeitsnacht verbracht. Ja, was? Wir haben im Schloss Organs geheiratet, im Saal, im Rittersaal und sind nachher übernachtet im Bristol. Ja, was? Wann war es denn? 1996. Ja, da sind wir schon nicht mehr durften. Wir haben es eröffnet. Ja. 1988. Ist das zuerfahrt? Ja, ist das zuerfahrt? Ja, ist das zuerfahrt? Ja, ist das zuerfahrt? Ja, ist das zuerfahrt? Ja. Wir haben im Rittersaal geheiratet, vor 43 Jahren. Ja, wir hatten im 96. Das wäre das Silberhochzeit. Ja, brav. Ja, das sagen alle, so schlimm ist es nicht, aber es ist mir relativ leicht gefallen. Mir ist bis jetzt so leicht gefallen. Ja. Aber es ist schon, man sieht heute, es ist nur so selbstverständlich, dass man so lange geraten ist. Nein. Ah, 43 Jahre. Ja, aber es ist lange. Oh. Aber wenn du erst 20 Mal überstanden hast, dann ... Ja. Und dann, weisst du, es gibt dann schon Zeiten, weisst du, wenn Kinder so im Alter sind, und du bist selber im Beruf voll drin, oder bei dir, weil ich bin auch, wir sind auch immer voll tätig gewesen. Ja, und Susanne auch. Ja. Ja, da gibt es dann manchmal schon. Ich denke dann, da habe ich dann noch eine Single-Freundin gehabt, und der hat das schon easy, du. Ich frage mich, ich denke mir dann immer später, wenn man richtig älter wird, dass das dann auch schön ist. Ja, sehr. Wunderbar. Ja. Viel ruhiger. Wir haben es so herzig. Das ist super. Lernen am Freiraum, jeder hat seine Hobbys. Ja, das ist so lustig, wenn der Manni pensioniert worden ist, das ist jetzt 72 oder mit 65. Ja. Da habe ich gesehen, Mann, habe ich gedacht, was passiert jetzt, oder? Jetzt ist er plötzlich daheim, oder sonst bist du ja gewöhnt, dass er geht, und ich war dort schon nicht mehr so voll tätig. und dann dachte ich, oh, jetzt ist er nicht mehr da. Dann hat er einmal zu mir gesagt, gell, ihr fürchtet vor dem, dass ich pensioniert werde? Was hast du gesehen? Ja. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob mir das rauskommt. Dann hat er gesehen, ich sehe dir alles. Ich, das weisst ja, ich habe so viele Hobbys. Ich habe Hobbys, und wenn ich endlich mal Zeit habe, du wirst froh sein, dass ich überhaupt noch wieder vorne komme, dass ich mich wieder sieht. Mängel ist es fast so. So beschäftigt. Aber man sieht ja den Unruhestand, oder? Ja, der Unruhestand. Aber das ist gut. Das heilt dir ja jung, wenn du mir etwas machst. Und du nimmst. Aber das kann man auch nicht bewusst wählen. Ich glaube, entweder hast du es, hast du die Leidenschaft und die Fröda, ganz viele Sachen, oder bist du halt fokussiert. Ich kenne Leute, die machen etwas, aber ich mache es mit einer Sondera, in Brunschen, ich mache nichts anderes. Das ist auch ein Hobby, aber mein Hobby machen sie bis zum... Unglaublich, genau. Ist es nicht meins, oder? Es wird jetzt viel mehr so breiter oder alles Mögliche. Also jetzt eben, in den vier Jahren nach der Regierung, wo die politikfreie Zeit war, habe ich angefangen, Sachsenfone zu spielen, Klarinette, angefangen Golf zu spielen. Ja. Einfach neues Zeug. Ja. Und es wird jetzt alles nicht wieder aufhören. Und jetzt kommt halt wieder Neues dazu. Und dafür ist es manchmal ein bisschen... Knapp. Ein bisschen eng. Aber es ist schon gut. Nein, ich finde es furchtbar, wenn jemand kein Hobby hat. Weil ich kenne auch andere Seiten von Frau. Es ist ja schon vor, nicht hobbylos. Ja. Hobbylos. Ja. Es ist wichtig. Ja. Es tut die beiden gut. Und man muss nicht immer alles zusammen machen. Wenn ich richtig bin, warst du beim Trachten, ich habe dich schon mal gesehen. Lechtersteiner Trachten, bist du dort noch... Ja, im Trachtenverein bin ich schon von dort. Ja. Ja, ja. Mein Grossonkel, Radius Peter Gopp, war ja der Bruder von meinem Nemi. Ja. Ist das. Ah, jetzt ist klar. Er ist natürlich im Schellenberg. Radius Peter ist ja im Schellenberg. Ja, das weiss ich schon. Und er hat die Trachten... Er war gut eine Freundin meiner Mama. Sie war gut befreundet. Ah, okay. Sie war ein Eschnerin. Ah, okay. Und er im Schellenberg. Ja, genau. Und er ist eben Brauchtum und so. Ja, ja. Es ist unsere Familie natürlich. Und Turkin ist ein sehr starkes Thema. Ja, ist klar. Er hat ja immer wieder... Er hat ja noch ganz lustige Geschichten gesehen. Ja. Er hat ja immer schon fast ein bisschen extrem gesehen. Du hast ja den ja auch kennengelernt. Ja, auch kennengelernt. Also Traum, aber so eine Kindheitserinnerung von mir hast du gesehen. Man sieht auch immer, ich wünsche dir ein gutes Nahr, das lange gesund wird und in den Himmel kommt. Genau. Das ist der klassische Sprache. Genau so geht er, oder? Ja. Und ich bin dann so mit sieben, acht, neunig. Dann ist man immer um Silvestrum mit Bananen am Schellenberg. Dann ist dann von Dutzenden gekommen, der Erich, die ganze Landesveterinär und der Radius. Ja. Und dann hat man dann das neue Ora gewünscht und dann hat man immer einen Batzen rübergekommen. Und dann, der Onkel Adolf, dann hat man da, es sind verschlangen gestanden, die Kinder, auch den Enkel und so, und grossen Neffen nicht. Und dann, der Onkel Adolf hat jedes Mal eine Tanke und hat das Sprüchli aufgesucht und dann hat der jedem ein Fünf-Lieber gegeben. Und dann bin ich irgendwo einkommen und er dachte, immer die gleiche Sprache. Das ist ja typisch für mich. Immer die gleiche Sprache ist irgendwo blöd. Jetzt kann ich es mal ein bisschen variieren. Dann habe ich gesagt, Onkel Adolf, ich freue mich so, dass du dich wieder einmal sehe und ich hoffe wirklich, dass du ein tolles Jahr hast, dass du gesund bleibst und einfach, dass du wirklich ein gutes Jahr hast. Und dann hast du es so richtig, weißt du, so in dem Stil verherzelt gemacht. Dann hat er in den Hosen abgelangen, dann hat er zwei Fränkler gegeben. Also ich habe es nicht richtig gesehen und darum käme jetzt nur zwei Fränkler. Die anderen alle einen Fünf-Lieber bekommen. Ich war so verhockt. Nein, aber du bist schon sehr genau. Ja, klar, du brauchst ihn genau. Aber ich dachte, es gibt immer nur zwei Fränkler. Meine Schwester hat es sauber gesehen, die hat einen Fünf-Lieber überbekommen. Unmöglich. Ja, aber es war ihm wichtig. Ich verstand es heute schon. Er hat gesagt, wenn man es nicht genau macht, geht es verloren. Es ist schon richtig, oder? Auf das hat er wahnsinnig viel Wert gekriegt. Ja, auch bei den Trachten. Dann hat er immer geglaubt, dass es so war. Meine Mama war ja dort auch im Verein, wie heißt es, dort im Vorstand gewesen. Ja, ja. Nein, mein Gott. Nein, nein, du. Ach, da sind die Fränkler. Seit der Kindheit halt. Ja, das ist überschließt. Da hatte ich schon ein Trächtchen angekommen. Das ist überschließt. Ja. Musik wollte ich auch mal zur Musik gehen. Ich habe auch mal die Klarinette gelernt. Das ist ein schwieriges Instrument. Und dann habe ich gesagt, Hast du es gehört? Ja, ich bin schon dran gewesen, aber ich war zu wenig fleissig. Der Papa war am Saxofon gewesen und mein Bruder war auch schon am Saxofon. Und ich kam mit dem Klarinetten in die Föschung. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich will aufhören, ich will die Leber singen. Dann hat er gesagt, Klarinette. Was ist das? Wo ist das? Ich habe dann aufgehört, ich bin dann eh auf Zürich. Dann habe ich ihn mehr gehört. Das war der Grund zum Hören. Ja, ich sag der Klarinette. Sie hat vor drei Jahren angefangen und ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Instrument. Ja, ist es allzu schön. Ich spiele ja schon ewig Klavier, seit acht Jahren spiele ich Klavier und jetzt kann ich einigermassen. Und ich dachte, das geht schon mit der Klarinette. Gell? Saxofon ist viel anfangen. Eben. Aber klar nicht mit dem Lagerwechsel. Hören wir doch. Und es quitscht immer. So wackelst du plötzlich. Ich mache es gerne. Ich wollte nur wegen der Uniform. Okay, das ist eine andere Motivation. So zur Harmonie muss ich. Ich finde es, ich habe gerne Jazz so, oder? Ja. Ja, ja. Das ist Saxofon, klar. Aber es ist so. Also Saxofon geht gut. Aber klar nicht. Und das Pfeifteile, wenn du ein bisschen schräg bist, quitscht. Ja. Ich habe mal Giga probiert, mit etwa 15. Es hat auch gleich gequitscht und geöffnet. Ich habe gleich wieder aufgegeben. Und die Klarinette ist echt eine Aussenforderung. Mhm. Aber ich habe auch nicht aufgegeben. Brav. Ich täte jetzt bin ich da, aber jetzt habe ich es. Nein, ich habe dann später, nein, nachher bin ich dann ein bisschen zur Operett gegangen. Also wie sieht man denn? Ja. Ein Chor. Weil das hat mir dann viel mehr Spass gemacht. Weil der Papa ist Maskenbildner, gesehen wir. Also auch ein Hobby, oder? Ja. Ja. Er hat dann immer Maskenbildner gemacht bei Operett. Und dann habe ich gesehen, ich komme jetzt in den Chor zu singen. Er hat dann aber auch gehabt. Okay. Dann hat es passt, oder? Dann ist es dann gut. Das ist gut. Das finde ich schön. Im Jugendchor Schellenberg von Werner Marxer im Jugendchor habe ich viele Jahre gesehen. Schon. Das habe ich immer gerne gemacht. Und dann im Chorseminar habe ich auch gesehen, bei Albert Frommelt. Als Tenor. Wow. Ja, aber es ist eine gute Frage. Das Chorseminar ist sehr intensiv. Schon, gell? Nein. Das glaube ich noch. Aber es ist schön. Du, die halbe Stunde ist aber schnell rumgegangen. Ja, Thomas. Dann tue ich die jetzt verloh. Spass gemacht, ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt ja. unique and so ending, am BeneOS. Okay. Yeah. Bis zum nächsten Mal.